moin leute willkommen zu einer weiteren folge von der station dafür vergesst nicht zu bewerten zu abonnieren davon passt auch nicht mehr und ja wir setzen den ep teiler ein kratzer wir schalten den jetzt wieder an der war an nein konflikt ist man sieht aber es aber ein leinwand ist nämlich nicht der original berg ist so nice Bada bum! so so ich würde sagen Konkursion ja, ich würde sagen Ja! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So, Moment Leute, ich geh mal ganz kurz vor dem Zettel, seit ich mich nicht mehr getrunken 3... Konfusion! Und nochmal Konfusion, und wir haben's! Und ich hab mal gekonft, wo es Evolisk gibt, die kriegen wir auch bald! Und dann packen wir definitiv! Wir haben jetzt zwar, wir haben jetzt am Anfang, wir haben Flamly, also kommt noch ein Floripora mit Aquana, kommt definitiv noch dazu! So! Was ist mein? Oh, nein! Oh! Oh! Oh, okay! So, nice! So, ich guck mal, ich guck mal, auf welchen Pokémon, auf welcher Route es fehlt, gibt's noch. Ah, warte mal, Pokken habe ich, wir gehen da nochmal. Äh, 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 äh. Aha, jetzt zum Blumenladen, okay. So, Raukel. Hallo. Raukel. Raukel. Eigentlich will ich ja noch die Vorbier. So. Aber Leute, äh, es steht jetzt schon fest, was nach dieser Lesplay-Reihe kommt. Das war ja mehr von dem Spiel. Das ist ganz sogar schon vorbereitet, Leute. Das wird quasi nach der Lesplay-Reihe anfangen und dann weiß man das wo wir sehen an der Lesplay-Reihe. Ich weiß noch nicht. Aber es wird nachfolgen, weil es hier von... wird... der Schiff hier. Ich bin jetzt durch. Und weg. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Erangt Level 7. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Erangt Level 7. Moment, habe ich die letzte Folge überhaupt benannt? Ja, wie ein Kind. Oh, mein Gott. Ich dachte gerade, ich habe die nicht benannt, Alter. Das wäre so... What the fuck? Oh, shit. Erangt Level 7. Oh, shit. Erangt Level 7. Was nur? Du gehst nicht mit dem Les. Was? 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 Wie? Was? 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 Ich will den Prokgebäck mal im Premiere weiter zu. Guck mal, welche Ding es gibt. Also, wenn ich den Prokmen hier auf den Routen alle aufbauen, dann wird es ein Danke fürs Schluss, Leute. Das ist ein spannender Projekt für alles. Also, der hat da dann fast auch nichts mehr. Und es sind auch alle Misplays vom Programm. In der Reihenfolge, wie ich die quasi rausgebracht habe auf dem Kanal. noch mal vorhanden also war sie hat ihn hat gold und dann ist die lösung blingst der feld und dann ist es auch eine wickelt sich bleiben bei nein glaube ich wieder ab so egesang egesang fürs absorber ist glaube ich die schlimmste kombination oder gigasauger das ist dann wie level zwölf Moin und willkommen zur ersten Folge von Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Was ist denn das? Boah. Nice. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Ich bin auf jeden Fall gehypt. Der was, TM? Der hat eine TM aufgesammelt? Die Edition? Hallo. Sorry, dass du warten musst. Eine TM-Attacke? Mein Name ist... Ihr? Ach, Teleport. Ich bin Professor der Fug. Dieses kleine E. Das Trigger ist so normal, wenn man einen Kettler kann. Wenn man ein Kettler kann, dann hält man die TM. Mann, Trigger. Loll. Loll. Das sehe ich ja jetzt erst. Und das war ein fucking Easter Egg an das Original-Game. Also an das Original. Das ist ja das Schöne. Das geht ja fast mit einem einfachen Spiel. Das geht ja, glaube ich, mit einem Kristall zusammen. Warnschock. 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 Absorber. Thalia. esus und availability. Krasslar noch. Also das ist nice, dass man sich hier so entscheiden kann. Wir sind am Mäbe wieder. Ich nehm den Charakter aus der Hitze. Wir halten mal. Ach so, Kratzer. Ah, ich würde sagen, wir müssen uns mal wieder werfen. Konfusion! Sind wir Yasmin oder? Ja, wir sind mal Yasmin wieder. Hetzlock aus. Nee. Ja. Wir sind in der nächsten City angekommen. Hier ist auch der erste... Nein! Hier ist schon wieder. Alter, das sieht mal geil aus. Da ist die Arena. Wir brauchen Feuerwasser-Pokémon. Das ist mir gar nicht so aufgefallen. War es bei Omega-Rubi genauso? Jetzt guck mal ganz kurz, wie es auf der einen Route abgeht. Wegen Evolis. Nice. Und jetzt within? Jaっぱ showen. Nein. Ello dasoline ist eine weitere Anstit구�re组 oder? fertilizer und die Daten bleibt alleine. Ja. Wir suchen Menschen mitveisen pro護. Ein kurzer in Abs programmcode. Und das Ganze zuheisen. Können wir stärker. Oh, hier ist ja richtig gemütlich aus. Oh, mach schon. Ey, mach oh mai. Nee, mach. Mach schon. Wir können doch nicht. Ich gucke mal ganz kurz, was wir probieren, sonst geht. Mach oh mai, mai. Mach oh mai, mai. Keinen wirklichen Pflanzenpropen, was wir gebrauchen können. Oh, ich sehe immer, hier kann man brauchen mehr Tour, Küsten. Oh, hier müssen kann man sich aber... Ich guck mal ganz kurz, wo es was gibt. Oh, no, we you. Wir brauchen irgendwas am besten mit Pflanze. Solarstrahl, Safari-Zone. Kampf. Ah. Wir können doch nicht. Wir kriegen doch keine TM bislang. So. So. Wir kriegen mal Tropes hinter. aber es ist eine alte karte ich bin so in der arena und die folge wird auch ein bisschen kürzer laute ich glaube ich versuche nur mal die arena durchzumachen ich habe keine ahnung was wir haben von zu spät nachdem kraft bin ich die folge weil ich muss auch gleich los wieder da kommt kompusion das war auch schön erreichst er bin neu auch schön dass er noch ein kleines fern okay täckel und hält sie durch die wird dann quasi und ja das gerne ab und dann verpasst auch nichts mehr bis dahin leute aber überall dann gehen wir da und dann kann ich ja damit es ist wie man pokémon haben ist nicht 9 Minuten diese frikken Welt und wie so wie wie